Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, tschönen Sie, hallo, hallo, ja hallo. Yo, Freunde, was geht? Bei mir gibt es so einiges und zwar haben wir jetzt heute genau ein Monat Diät. Am 13.06. habe ich begonnen mit Diät, jetzt haben wir den 12.07. Also nicht ganz ein Monat, es ist ein Tag weniger. Und ja, ich nehme euch heute den ganzen Tag wieder mit. Es hat sich schon wieder einiges getan an meinem Körper. Gerade in meiner Bauchpartie und in meiner Brust- und Armpartie jetzt einiges getan. Ich habe irgendwie so eine Alien-hintere Schulter bekommen auch in der Zeit jetzt. Und ja, jetzt geht es erstmal los ins Gym. Ich habe was Neues dort gemacht, werde ich euch auch gleich zeigen. Ja, das haben wir jetzt letzte Woche fertig gemacht da unten. Wir haben einen extra Raum jetzt im Gym und ja, die zeige ich euch gleich. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Peace! Jetzt erstmal meine Morgenroutine, Ordinary Day, Vitamin K2, ne K3, D3, K2, Kokumin. Ja, so ein bisschen klemmt zwischen und halt die Eure Day Kapseln. Ja, einfach mal. So, im Gym angekommen. Und zwar hat sie auch hier oben im Gym auch einiges geändert. Und zwar ist die Kunstrasen mit mir da. Warum? Weil ihr später sehen, ich will euch später zeigen. Das ist auch viel mehr Platz jetzt. Und jetzt hier auch, hier war volle Theke. Jetzt ist die hier drüben. Auch viel, 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 viel mehr Platz jetzt. Und naja, meine ganze Medaille natürlich auch hier, ne? Ja, Mann. Meine ganzen 1 bis 4. Platz-Medaillen. Ja, Mann. Jetzt wird Cardio gemacht. Cardio, da gehen wir ganz. Ja? So, Cardio dann. Ihr seht, komplett nass. Genau 25 Minuten. Und laut dem Gerät 312 Kalorien und 10.000, ne, 10 Kilometer gefahren am Fahrrad. Also ich hab halt Ergometer-Kopfhahn ganz ständig. Und jetzt gehen wir runter. Ah ja, Morgen, Roman, fritz, was geht? So, hier. Ich hab jetzt was gemacht. Guckt mal, Leute. Ist natürlich auch nicht ganz alles fertig. Aber, schon gut wie. Und zwar ist mein Kunstrasen jetzt hier. Für Schlitten ziehen, Schlitten schieben. Ein Beamer. Mit Leinwand am Start. Und die Frauen ihre Yoga-Hüste gucken können auf YouTube. Und dann hier ihre Übungen nachmachen können. Hier werden ab Oktober Kurse stattfinden. Wie Zumba zum Beispiel. Ab Oktober alles. Und dann hier ist das geile anabolische Licht. Das zeige ich euch gleich. Wenn ich Bolliabgit mache, für euch. So, dann haben wir hier den Schlitten schieben, Schlitten ziehen. Die Seile. Das Seilspringen, wie man das nennt. Jawohl. Rain ist auch am Start. Und ein Box-Sack. Huh. Boom. Ja. So, das hatten wir jetzt auch alles jetzt hier am Start. Und wir machen jetzt erstmal ein Body-Update. Und wir machen jetzt hier am Beginn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 so heißt es wasser so sieht konsistenz aus ultra ultra lecker das essen wir lieb ich am meisten am tag ein großes highlight und jetzt mal noch eben schnell mein kurs war fertig 80 gramm schokokurin 40 grad so wie die menschen hier als voller für markus so viel kann schicken ist fertig weil ich kann reisen und auch gewohnt sind fertig weil wir uns am brokkoli ist fertig alles fertig so sieht das ganze prep meal aus man reist schicken gemüse reichen gemüse sind meine zwei malzahlen die namen training trinke erst einmal nicht dass du trinke ich nach training direkt und das ist mein welt als der gt später so gut gemacht gemischt entdeckt das ein heimlöffel nur kreatin sechs gramm und man die das brüste sechs und jetzt geht es ab so wusste das trimmel ist von 30 von das extrem 30 gramm er in meinem schenke hier in rest normal so und da geht es auch schon los ins training gestern und schulter so 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 Training vorbei. Ich mache jetzt gleich mal ein Posing auf Pump für euch. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik So Freunde, KL ist vorbei. 30 Minuten jetzt. Habe ich jetzt gelaufen. 9,22 Kilometer und 300 Kalorien. In 25 Minuten genau. Und ja, jetzt gibt es mal ein Post-Dockout-Shake. Ich habe wirklich getuscht, weil ich stinke wie ein Schwein. Und da haben wir jetzt gearbeitet, Leute. So, 50 Minuten nach dem First Workout Shake soll ich mir jetzt Reis geben mit Bokolli und Hähnchen. Und ja, mein Job ist erledigt, Gym ist auch gut voll am Start hier, mega, mega nice, ich feier das hart, Alter. Und das ist mein Leben, das ist mein Lifestyle, ich habe von meinen Kunden immer alles getan, was geht, das Video so früh aufmachen konnten, wie es geht und die Kunden sind so sehr zufrieden, das Gym läuft so gut wie noch nie in meinem Leben, wirklich jetzt, ich bin so überglücklich, ich stehe mir jeden Morgen auf und denke mir jedes Mal, fuck geil, ich habe ein eigenes Gym, was auch mega, mega gut läuft und mega gut ankommt, ich habe noch einen Keller dazu, was nochmal ein geiles Must-Have ist, ich hole hier nochmal so zwei, drei neue Geräte noch, weil wir jetzt viel mehr Platz haben, weil wir haben ja auch die Theke umgestellt, jetzt haben wir viel, viel mehr Platz und ja, ist einfach so geil, familiär hier, ich feier das einfach hart hier und ja, wir haben ja gesnackt und dann sehen wir uns später zu Hause. So Freunde, zu Hause kommen wir jetzt jetzt 20 Uhr, um halb neun schon und ich kann mir jetzt mein nächste Reis-Chicken-Bokolli-Mahlzeit, danach habe ich noch zwei Stück, ja und mal gucken, was soll das so, geht. Hast du ihn gegessen? Nudeln. Mit? Mit Linsen. Nudeln. Und Tomatensauce? Und Schwein? Stöckige Tomatensauce. Schwein auch? Nein. Achso, schweige Verständnis. Das ist ein Hähnchen. Das ist ein Hähnchen, der Beste. Und das Buraka. Okay. Hier richtig geiles Licht, nur schade, dass das Spiegel nicht weiter da ist oder das Licht weiter da ist, das ist mittig wieder, aber mega nice. Ich wollte mir jetzt mal die hintere Schulle hier euch zeigen. Es ist echt massiv geworden hinten rum. Aber richtig ist einfach nice. Ja. Boom. Ja. Boom. Ja man. So, der geht zum nächsten Mal. So, jetzt gibt es mir nochmal sechs Eiklar, ein ganzes Ei und das oder dem Rest Hähnchen. Ja, aber jetzt haben wir zwei Gramm Satin getan und Pfeffer. Und da gibt es noch eine Matze, kommt noch Leute. Du wirst doch komisch, warum nix du einfach auf dem Karton willst. Ich habe mich ins Bett halt, Bruder. Geh mal in den Bett. Geh mal in den Bett. Ups. Sorry, Jungs. Das wollte ich nicht. Du hast was gefurzt, ne? Du warst das gerade, Tonsi, ne? Ich war das nicht, oder? Tonsi, was ist denn das gerade? Ja, du hast gefurzt, ne? So, 12 Uhr. Ich löffle jetzt 50 Gramm Mandelmus pur. Selbst gemacht, ohne Zuckerzusatz. 50 Gramm soll ich snacken. Und dann habe ich meine 3.100 Kalorien drin. Ich denke mal, so am Tag verbrenne ich so meine 4.000, 4.500 Kalorien. Und deswegen glaube ich, dass ich deswegen so schnell schwellet werde. Ja. Aber auf jeden Fall ist das mein Tag jetzt heute gewesen. Und jetzt am Wochenende fahre ich wieder nach Berlin. Mit Manfred und Co. Das ist ein kleiner Brudergeburtstag. Da fahren wir hin, am Samstag feiern mit denen. Und ich denke mal, dass ich dann wohl noch wieder einige Leute treffen werde. Ich werde mit Goldschirm trainieren. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen das Wochenende. Habe schon wieder mega Bock drauf. Und ja, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch allen gefallen. Daumen nach oben. Gerne kommentieren für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Würde mich lieben gerne Freunde darüber. Und schaltet rein bis zum nächsten Video. Peace. Aus.